Trinkwasser ist kostbar und dennoch erlauben wir uns den Luxus damit, unseren Garten zu gießen oder unsere Toiletten zu spülen. Eine wirtschaftliche Alternative ist, Brunnen- oder Regenwasser zu nutzen. Manchmal haben wir aber auch Wasser im Überfluss, zum Beispiel nach Regen in einer Baugrube oder nach einer Überschwemmung im Fäller. Ob Entwässern, Bewässern oder das Haus mit Brauchwasser versorgen. Mit Pumpen von Gardena geht das ganz einfach.